Zehn Frühwarnzeichen, dass du einmal Demenz bekommst. Ja, wer das in seiner Familie schon mal erlebt hat, dass man einen eigentlich gesunden Menschen so Stück für Stück verliert, der wird sich sicherlich dieses Video anschauen. Und alle anderen, die vielleicht über dieses Video gestoßen sind, bitte auch mal dabei bleiben, denn Demenz ist eine wahnsinnig schnell zunehmende Erkrankung in unserer Gesellschaft. Wir sehen es an berühmten Beispielen, wie beispielsweise Bruce Willis, habe ich gestern wieder gelesen, oder auch Experten sagen, dass Joe Biden bereits unter Demenz leidet. Das ist eine wichtige Sache, die jeden von uns treffen kann, denn wir werden immer älter und älter und älter, aber leider leidet unser Gehirn etwas unter dem Älterwerden. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dr. Selz, ich bin niedergelassener Arzt und ich mache dieses Video ein Stück aus eigener Motivation heraus. Warum? Weil ich einen schlechten Laborwert bekommen habe, der schon auf Demenz hinweisen könnte. Und genau deswegen möchte ich hier aufklären, zumal wir haben jetzt eine liebe Verwandte, die unter Demenz leidet. Wir sehen wirklich diesen Leidensweg und deswegen möchte ich hier dieses Video machen. Gehen wir gleich rein in das wahnsinnig spannende Thema. Was ist Demenz? Demenz ist eine chronisch fortschreitende Gehirnerkrankung. Es ist wirklich eine Erkrankung des Gehirns und diese Erkrankung des Gehirns, die merken wir dann an demjenigen, dass er einfach Störungen bekommt. Im Denken beispielsweise. Er kann logische Zusammenhänge nicht mehr so klar herstellen. Oder er hat eine Orientierungsproblematik. Ich hatte einmal einen Patienten, der in einem Frühstadium der Demenz mit seiner Frau und anderen Paaren eine Radtour gemacht hatte und er ist dann im Kreisel als letzter falsch abgebogen. Ihm ist gar nicht aufgefallen, dass er nicht mehr hinter der Gruppe herfährt und er hat hier die Orientierung verloren und man musste ihn aufwendig suchen. Oder es geht um die Auffassungsgabe. Die Menschen sind kognitiv nicht mehr so richtig auf der Höhe. Sie verschalten gewisse Dinge nicht mehr so richtig gut. Sie können nicht mehr richtig gut rechnen. Die Lernfähigkeit lässt nach. Und bei vielen Menschen merkt man auch, sie werden so fahrig mit der Sprache. Sie machen Fehler. Sie sprechen schlampig. Und auch das kann eines der Zeichen sein von Demenz. Und ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Viele Menschen haben einfach ein falsches oder schlechtes Urteilsvermögen. Ein gestörtes Urteilsvermögen. Da kommen wir gleich dazu. Wichtig ist, ich möchte mit diesem Video keine Ängste schüren. Und ich möchte auch, es kann sein, dass sie sich wiederfinden. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie unter Demenz schon leiden. Warum? Weil wir alle mal unseren Schlüssel vergessen. und alle mal im Supermarkt stehen und nicht mehr wissen, was wir eigentlich haben wollten. Und letzten Endes ist es so, dass unser Gehirn ja in der Gehirnleistung immer schlechter und schlechter wird. Aber hier schauen wir uns wirklich die Kriterien an für Demenz. Weil Demenz hat dann auch noch Aspekte von Veränderungen der Sinne. Also Schmecken, Riechen und solche Dinge. Auch Veränderungen in den Emotionen. Das hängt dann auch ab von der Art der Demenz und eben auch im Sozialverhalten. Demenz ist ein Überbegriff. Und die häufigste Form von Demenz ist Alzheimer. Diesen Begriff kennt jeder. Also die häufigste Form. Und wir haben so ab 65 ungefähr so die Grenze, wo dann Alzheimer schon langsam losgeht. Es gibt auch eine Demenzform, die unter 65 schon anfangen kann. Also Alzheimer ist geprägt von Orientierungslosigkeit, von Gedächtnisverlust, eben von diesen Sprachschwierigkeiten, von denen ich schon gesprochen habe. Und dann auch vom Verhalten. Und was ist hier die Ursache? Es gibt dann Ablagerungen im Gehirn, die sogenannten Amylidplugs und auch die Tau-Proteine. Und die sorgen dafür, dass quasi unser Gehirn in seiner Performance, in seiner Arbeitsweise und in der Arbeitsart und so weiter eingeschränkt wird. Die Durchblutung wird eventuell schlechter und so kommen dann quasi nach und nach diese Symptome zustande. Es gibt auch eine vaskuläre Demenz, wenn wir beim Thema Durchblutung bleiben. Das sind also wie kleine Minischlaganfälle. Das, was wir also am Herz beispielsweise haben oder beim Diabetiker an den Füßen, Durchblutungsstörungen. Auch das gibt es quasi im Gehirn und es kommen dann Symptome zustande, die je nach Gehirnabschnitt, so ähnlich wie beim Schlaganfall, zustande kommen. Also je nachdem, welcher Abschnitt des Gehirns betroffen ist, dort haben wir dann unterschiedliche Symptomatiken, wie beispielsweise zwei Menschen mit vaskulärer Demenz. Der eine hat Sprachschwierigkeiten und der andere hat Bewegungsschwierigkeiten, der kann nicht mehr so gut laufen. Hier ist leider so, dass das Gewebe abstirbt. Das sieht man dann auch in den Untersuchungen, so ähnlich wie es eben absterben kann. Wenn es zu einem Verschluss kommt, also zu einem Schlaganfall. Und dann haben wir noch die Lewy-Körper-Demenz oder Lewy-Körper-Demenz. Das sind also auch wieder abnormale Proteine, die Schäden machen. Und hier ist es dann eher so ein psychiatrisches Erkrankungsbild, so Richtung Halluzinationen, Verwirrung. Man hat früher gesagt, die alten Leute, die wandern in der Nacht. Also, dass sie eben aufwachen, Schlafstörungen sind eben hier auch assoziiert, Störungen im Verhalten haben. Und dann eben nachts nicht mehr wissen, wo sie sind, wer sie sind. Wenn sie auch aus ihrer Gewohnheit herausgenommen werden, beispielsweise mein Opa, wenn der schon hochbetagt uns immer besucht hat zu Weihnachten, dann hat er seine Hühner gesucht. Und diese Gewohnheiten, wenn die Menschen dann raus sind aus ihrem Alltag, aus ihrem normalen Umfeld, dann denken sie, sie sind weiter in diesem Umfeld und haben eben hier Orientierungsschwierigkeiten. Dann noch die frontotemporale Demenz. Das ist das, was Bruce Willis hat. Hier gibt es das Auftreten unter 65 Jahre. Und dieses Krankheitsbild ist dann eher gekennzeichnet durch unangepasstes Verhalten, auch Impulsivität, also Aggressivität. Und ja, sie kennen vielleicht die älteren Herrschaften, die dann wirklich impulsiv, vehement sich sträuben, dass man ihnen hilft beispielsweise, dass man ihnen einkauft und solche Dinge. Also das können hier Frühwarnzeichen für eine frontotemporale Demenz sein, auch kognitive Störungen, wenn das nicht mehr die Datenverarbeitung sozusagen nicht mehr richtig funktioniert. Wer kann denn so eine Diagnose stellen? Und jetzt ist wichtig, die Diagnose stellen ausschließlich Fachärzte für Neurologie. Das sind die Spezialisten für dieses Erkrankungsbild. Die Symptome müssen über sechs Monate bestehen. Und es gibt in Deutschland auch eine Leitlinie, eben wie man diese Demenz diagnostiziert, welche Kriterien man erfüllen muss, wie die Therapie dann aussieht und so weiter. Übrigens, ich zeige Ihnen hier eine ganz, ganz fantastische Therapie gegen Mitte des Videos. Und zwar eine nicht medikamentöse Therapie und ich würde mich echt freuen, wenn Sie das vielleicht weiterempfehlen könnten, das Video, den Kanal abonnieren und vielleicht auch darunter kommentieren, was Sie für Erfahrungen mit Demenz haben, weil es ein Thema ist, was letzten Endes immer und immer weiter voranschreitet, weil eben die Menschen immer älter werden. Wir müssen eins verstehen. Bei der Demenz ist es so, dass es quasi, wenn wir eine gewisse Schwelle überschritten haben, keine Rettung mehr gibt. Das Gewebe stirbt weiter ab oder das Gewebe verändert sich und die Symptome bleiben letzten Endes. Und je früher wir dieses Erkrankungsbild erkennen, desto höher sind die Chancen, dass dieses Erkrankungsbild dann zum Stoppen kommt. Das kann man nämlich machen. Die Symptome kann man stark verlangsamen. Letzten Endes tendieren wir ja alle Richtung Tod. Das ist einfach so. Und letzten Endes tendieren wir alle in irgendeiner Art und Weise zu einer Gefäßerkrankung. Also kaum ein Mensch, der mit sehr, sehr guten Gefäßen im hundertsten Lebensjahr einschläft. Und das müssen wir einfach wissen. Wir müssen alles dafür tun, dass unser Gehirn gesund bleibt. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir es so möglichst lange gesund halten. Und dafür brauchen wir das Gehirn. Das ist grotesk. Ich zeige Ihnen gleich, was ich damit meine. Das Problem ist erstmal, dass wenn ein Mensch schon fortgeschritten demenzkrank ist, dass sie ihm dann seinen Zustand nur noch ganz, ganz schwer vermitteln können und seinen Verstand öffnen, sage ich mal, für Therapien. Je früher sie das lösen, dieses Problem, dass sie das Verständnis haben, dass sie ihn nicht schützen in dem Sinn, dass sie, wenn er was vergisst, dass sie sagen, ja, mein Mann vergisst jetzt ab und zu was, sondern einfach offen ansprechen, schnell zum Arzt gehen und so weiter, weil wir brauchen das Verständnis des Betroffenen für seinen Zustand. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum? Wenn er ein Verständnis für seinen Zustand hat und sich das eingesteht, dann haben wir eine Eigenmotivation. Und wir benötigen seine Eigenmotivation, Verhaltensänderungen zu machen. Wieso sage ich das? Weil wir wissen, je aktiver ein Mensch ist, desto besser kann er sein Gehirn schützen, desto besser kann er es ein Stück weit selbst schaffen, die Krankheit zu verlangsamen. Und was ich damit meine, zeige ich Ihnen in ein paar Dias, wenn es um diese Therapie geht, die ich gerade anspreche. Es geht um die Max-Therapie. Max ist die Abkürzung für motorisch, alltagspraktisch, kognitiv und sozial. Und sie funktioniert bei leichter bis mittelschwerer Demenz. Was hat man gemacht? Man hat also an der Diakonie hier in Bayern, im Fränkischen, in der Diakonie Neuendettelsau, hat man in Zusammenarbeit mit der Universität Erlangen diese Therapie getestet. Und es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass diese Therapie genauso gut, wenn nicht besser, als eine medikamentöse Therapie funktioniert bei Demenz. Ich zeige Ihnen gleich mal so einen Tagesplan einer Max-Gruppe. Was bedeutet das? Man hat Gruppen, also eine Gruppentherapie. Und sie geht ungefähr so einen halben Tag. Sie ist mittlerweile auch zu Hause in einigen Elementen durchführbar. Und diese Therapie, die funktioniert so, dass man quasi die Leute aktiviert. Sie können sich so ähnlich vorstellen, das ist jetzt böse, was ich sage, aber wie ein Kindergarten für Erwachsene. Und diese Gruppentherapie, die sorgt quasi dafür, dass wir wieder in die Aktivität hineinkommen. Hier sehen Sie mal so einen Tagesplan, was man in so einer Gruppentherapie macht. Man stimmt sich ein und in dieser Einstimmung, da geht es darum, damit man einfach Beobachtungsübungen macht, Wachsamkeit, dass man sich austauscht, dass die Menschen sozial interagieren. So ähnlich wie das Gehirn. Das Gehirn muss ja auch ständig Verschaltungen bringen. Und das simuliert man hier eben mit dieser Therapie. Es geht um die motorische Aktivierung, denn wir wissen, Sie werden es gleich sehen bei den Frühwarnzeichen, dass eben die Motorik eingeschränkt ist. Das Laufen, das Bewegen, das Sich-Bewegen und so weiter. Und das braucht man wieder, um das Gehirn frisch zu halten, um es jung zu halten. Also Grobmotorik, Feinmotorik, so ähnlich wie nach einem Schlaganfall kann man sich das vorstellen. Man fördert die Sinneswahrnehmung, man musiziert gemeinsam, man tanzt, man lacht, man spielt mit, so wie im Kindergarten, mit diesen Tüchern und was auch immer. Dann gibt es die kognitive Aktivierung. Das heißt, es geht hier ums Merken, ums Wiedererkennen. Und so versucht man eben die älteren Herrschaften wieder reinzubringen in einen Gehirnsport. Und dieser Gehirnsport ist eben nicht, dass ich nachts komplizierte Schachaufgaben löse. Das gehört schon mit dazu. Aber es geht in erster Linie mal um die motorische Aktivierung der Herrschaften wieder. Und ganz, ganz alltagspraktisch, Aktivitäten wieder, Kochen, Haushalt, hat halt eine andere Qualität, wenn ich das tagtäglich in der Gruppe mache, als wenn ich den ganzen Tag mit der Strickjacke als Senior vor dem Fernseher sitze. Okay, um das geht es. Und hier sind die Ergebnisse wirklich fantastisch. Es gibt ein eigenes Lehrbuch. Schauen Sie sich mal diese Max-Therapie an. Ich habe also mehrere Patienten, die das schon machen. Und die wissenschaftliche Beweisführung spricht einfach für die Therapie. Gehen wir mal kurz die Stadien der Demenz durch. Erstens, ich kann Ihnen, Sie haben eine gute und schlechte Nachricht. Alle haben Demenz, nämlich Stadium 1. Das ist wahrscheinlich die bescheuertste Stadieneinteilung überhaupt in der Medizin. Denn es heißt kein Nachweis von Gedächtnisproblemen, keine Beeinträchtigung der alltäglichen Aktivität, keine Symptome und jeder hat Stadium 1 der Demenz. Also totaler Schwachsinn. Interessanter wird es dann beim Stadium 2. Da haben wir also sehr milde kognitive Beeinträchtigungen, leichte Vergesslichkeit, gelegentliches Vergessen von Namen oder Terminen. Aber wie gesagt, keine Panik, wenn Sie ab und zu auch etwas vergessen. Das ist ganz, ganz normal. Das Video soll keine Panik schüren, sondern es geht dann schon in Richtung Regelmäßigkeit. Mein Vater vergisst ständig, wo sein Geldbeutel und sein Schlüsselanhänger liegt und er ist hochfit, er hat keine anderen Symptome und ich würde ihm auf gar keinen Fall irgendwie eine Demenz unterstellen. Aber beim Stadium 2 haben wir dann noch weitere Sachen mit dabei. Schwierigkeiten, vertraute Wörter zu finden beispielsweise, wenn Ihnen das Wort Enkel nicht mehr einfällt oder, weiß ich, bestimmte Namen, obwohl Sie wirklich tagtäglich mit der Person zu tun haben oder eben das Verlieren von Gegenständen, dass Sie es nicht verlegen, sondern dass Sie es wirklich verlieren. Und da muss man dann beim Stadium 2 schon genauer hinschauen. Stadium 3 heißt dann wirklich Kurzzeitgedächtnis, die Schwierigkeit, sich an kürzlich erlebte Ereignisse zu erinnern. Und hier beginnt die Demenz schon schön langsam, auch das Problem, komplexe Aufgaben durchzuführen. Auch das ist etwas, wenn Sie beispielsweise, nehmen wir das Beispiel Senior oder Großvater, wenn er einen einfachen Papierflieger oder eine einfache Bastelaufgabe eben mit seinen Enkeln nicht mehr lösen kann und der Enkel macht zacki, zacki, zacki und sagt, tschau Opa und es war nicht schwer und der Enkel ist erst drei oder vier. Okay? Und dann die Schwierigkeit, sich in ungewohnten Situationen zurechtzufinden. Auch hier hat man dann schön langsam die Tendenz zur Demenz, wenn man völlig unangepasst, wenn man sich nicht mehr richtig wohl fühlt und so weiter bei einem Konzert, wenn man seinen Ehepartner nachfragen muss, was machen wir jetzt als nächstes und es geht einfach nur im Theater darum, seine Jacke abzugeben oder irgendwie sowas. Und jetzt kommen wir schon zu den weiteren schwereren Stadien. Stadium 4, es gibt insgesamt sieben Stück. Da haben wir jetzt eine mittelschwere kognitive Beeinträchtigung. Dort können Sie sich dann nicht mehr erinnern an Telefonnummern, an Geburtstage, an die Rechenaufgaben geht nicht mehr so gut und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass derjenige ständig Hilfe braucht und die Fähigkeit verliert, alleine zu leben. Er braucht den Partner oder er braucht die Kinder, um seinen Alltag zu bewerkstelligen und das ist dann schon eine schwere Beeinträchtigung. Und jetzt geht es weiter mit den schwereren Beeinträchtigungen und zwar jetzt kommen Sprachprobleme hinzu im Stadium 5, Verwirrungszustände und die Fähigkeit, sich alleine anzuziehen, sich selbst zu pflegen, starke Verhaltensänderungen, starke Stimmungsschwankungen und so weiter und dann bei der schweren Demenz den Verlust auf die Umgebung zu reagieren oder zu sprechen. Also wir sind hier fast schon im Prinzip bei der schweren Bettlägerigkeit auch mit Kontrolle über Blase und den Darm und eben schwere Verhaltensveränderungen und die sehr, sehr schwere Demenz ist im Prinzip dann völlig abgekoppelt und wir haben hier einen schweren Pflegefall, jemand, der auch gar nicht mehr schlucken kann. Also das gilt es auf jeden Fall im Auge zu haben und Dinge zu tun, um das zu verhindern, weil älter werden will jeder. Es gibt viele Menschen, die wollen gesund älter werden. Es gibt viele Menschen, die sagen, es ist mir egal, gibt es auch, muss man auch akzeptieren. Aber letzten Endes geht es darum, immer die Störung der Zellfunktion zu vermeiden, denn genau das ist eben die Demenz. Es geht um eine Störung der Zellfunktion. Und es geht erst mal, betrachten Sie dieses Problem erst mal körperlich und diese ganzen Auswirkungen, die ich geschildert habe, diese ganzen Auswirkungen im Verhalten, in der Motorik und so weiter, das ist eben gehirnspezifisch. Und der körperliche Schaden kommt zuerst. Und dann haben wir letzten Endes Ursachen dafür. Die Ursachen kann man leider Gottes zum Teil nicht bekämpfen, das ist einfach so. Man kann aber Präventionsmaßnahmen machen und man kann sie schnell erkennen und gegensteuern. Hüten Sie sich vor Entzündungen, Stichwort Silent Inflammation, das ist etwas, was Sie kennen. Silent Inflammation ist die stumme Entzündung. Und hier gibt es einfach Daten drüber, dass solche Entzündungszustände natürlich auch mit Demenz zusammenhängen können. Eine chronische Entzündung des Gehirnes oder anderer Gewebe mit seinen Entzündungsfaktoren kann eben das anschieben. Es kommt dann zum Nervenzellverlust. Und der Nervenzellverlust heißt eben, dass Sie nicht mehr gut vernetzen können. Genau das macht man eben in diesen Aktivierungstherapien, dass man diese Gehirn-Zellen-Vernetzung wieder trainiert. Und hier ist die Motorik ganz, ganz wichtig. Das Bewegen ist ganz, ganz wichtig. Das geht also nicht, wenn Sie mit dem iPad da sitzen oder mit dem Computer und irgendwelche Gedächtnisübungen machen. Die Neurotransmitteraktivität geht drunter. Deswegen haben wir dann bei den schweren Demenzstadien auch diese Verhaltensveränderung, diese Impulsivität und so weiter. Und wir haben ähnlich wie bei Epilepsie auch Hirnaktivitätsstörungen hier mit dabei. Also insgesamt der Zellstoffwechsel des Gehirns geht runter. Die Ausdauerleistung des Gehirns geht runter. Und das ist so ziemlich das Erste, was man merkt, dass die Menschen sich nicht mehr so richtig gut konzentrieren können über längere Zeit, dass sie nicht mehr ausdauernd sind, bei einem Spiel beispielsweise, dass sie nicht mehr ausdauernd sind, Gesprächen zu folgen, dass sie sich vielleicht rausziehen, zurückziehen und so weiter. Und wir haben dann bei den frühen Degenerationszeichen, wir sind jetzt noch nicht bei den Frühsymptomen, die kommen gleich bei den Frühwarnzeichen, sondern bei den frühen Degenerationszeichen eben hier die Chance, das zu stoppen, eventuell sogar zu heilen, je nachdem, um was es geht. Und erst dann kommen die Frühwarnzeichen. Also wir müssen diesen Punkt erwischen, wo wir eben schon mitkriegen, dass die Ausdauerleistung des Gehirns nicht mehr so ist wie früher. So, jetzt habe ich Ihnen meinen erschreckenden Faktor hier gezeigt, meinen erschreckenden Laborfaktor. Und er heißt BDNF, Brain Deerate Neurotropic Factor. Es ist ein Eiweißbaustein, den wir im Blut messen können. Er wird im Gehirn produziert. Und er ist an der sogenannten Neuroplastizität beteiligt, diese Vernetzung und so weiter, was das Gehirn halt so kann. Und ein niedriger Wert zeigt an Depression, Angststörung, bipolare Störung, aber eben auch Alzheimer. Ich habe keine Depression, ich habe auch keine Ängste und ich bin auch nicht manisch. Aber ich habe mir diesen Wert einfach mal abnehmen lassen, schon vor längerer Zeit, vor einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr vielleicht sogar schon, und habe versucht, ihn nach oben zu bekommen. Hier sehen Sie ihn. Ich habe ihn hier auch nochmal größer. Das ist also dieser Wert. Und er zeigt eben eine eventuelle Alzheimer-Erkrankung an. Davor möchte ich mich persönlich natürlich schützen. Und was kann man hier machen? Was hilft hier? Sport und Fasten. Dort gibt es also Untersuchungen, dass man eben mit wieder intermittierenden Fastenphasen und mit mehr Sport hier was Gutes machen kann. Hier sehen Sie übrigens 18,1 war der Vorwert. Ich habe ihn jetzt schon auf 18,5. Ich muss aber über 20,2 und dann ist mein Wert in Ordnung. Es ist aber nur ein kleiner Baustein und das möchte ich auch einfach sagen. Es ist nur ein kleiner Baustein in diesem Symptomen- oder Erkrankungskomplex. Aber wie gesagt, es gibt schon ein Feedback vom Gehirn. Was macht es denn gerade? Ich bin natürlich schon noch in der Lage, sehr, sehr komplexe Aufgaben zu lösen. Der Beruf des Arztes ist unglaublich stressig, ist unglaublich komplex. Man muss sich an alles erinnern. Und man tanzt auf drei Hochzeiten gleichzeitig. Aber trotzdem werde ich alles dafür tun und vielleicht mache ich dann noch mal ein Video drüber, wenn es mir gelungen ist, auch mit meinem Plan, wie ich es gemacht habe, dass dieser Wert natürlich nach oben kommt. Wie gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne und jetzt sind wir bei den Frühwarnzeichen. Jetzt sind wir endlich da angekommen, was der Videotitel eigentlich ist. Die Frühwarnzeichen des Gehirnes sind einfach, dass die Aufmerksamkeitsspanne stark nach unten geht. Dass beispielsweise ein Mensch-Ärger-Dich-Spiel abgebrochen wird, ein Schachspiel abgebrochen wird, dass man in Besprechungen rausgeht, um sein Gehirn zu erholen und solche Dinge. Das kann natürlich so auch mal passieren im Arbeitsalltag, aber wenn es halt um regelmäßige Störungen geht. Die Konzentrationsstörung geht nach oben, also die Konzentration ist deutlich gestört. Die geistige Erschöpfung, auch das ist etwas, was eben zunimmt und die geistige Produktivität geht runter. Also eigentlich schon, was wir auch haben an einem stressigen Arbeitstag, aber es geht dann halt auch, wenn Sie das in der Freizeit haben beispielsweise. Dann der Zeitbedarf für komplexere Aufgaben oder für Aufgaben, der nimmt stark zu. Das ist auch ein Frühwarnzeichen, wenn man einfach länger braucht als andere und wenn man zu Stimulantien greift, beispielsweise, wenn man also zu Alkohol greift oder wenn man zu Koffein greift, also Kaffee greift, damit man einfach sich aufputscht und damit man die Aufgaben besser lösen kann. Also das waren jetzt die Frühwarnzeichen des Gehirns. Jetzt kommen wir zu den Frühwarnzeichen des Körpers und hier wird es total interessant. Es gibt nämlich ganz, ganz sensible Warnzeichen des Körpers, also nicht des Gehirns und des Verhaltens, denn das Gehirn oder die Nerven steuern ja letzten Endes unseren Körper und eines dieser Warnzeichen ist die Stolperneigung. Also Menschen, die eventuell Demenz ausbilden können oder auch Parkinson, die haben eine Neigung zum Stolpern und wenn Ihnen das bei jemandem auffällt, dann schauen Sie bitte nochmal genau hin. Haltungsschäden, sprich, wenn man hier so nach vorne einsackt, das hat auch zu tun, wie steuert das Gehirn die Motorik an, auch hier gibt es Studien drüber, wie das alles funktioniert. Also wenn ein Mensch so vergreist und nach vorne den Rundrücken beispielsweise entwickelt, auch das kann eben hier ein Zeichen sein, dass danach nochmal eine Demenz in einigen Jahren sich aufbauen kann. Dann haben wir die Störungen der Feinmotorik, also wenn Sie eine feine Bastlerin oder Strickerin, Häkler oder die Männer löten, was weiß ich für Hobbys, Modellbau, wenn das nicht mehr gut funktioniert, wenn Sie das vermeiden, wenn Sie sagen, das kann ich nicht mehr so wie früher, ich kann das nicht mehr so gut greifen, auch hier Frühwandzeichen. Wenn das Schriftbild sich verschlechtert beispielsweise, ebenfalls Frühwandzeichen. Es kann natürlich bei der Feinmotorik auch eine ganz andere Ursache haben, eine Verspannung der beiden Schultern beispielsweise, wenn Sie nebenher noch, weiß ich, einen Carport oder was ich bauen. Aber es geht um diese Kombination und dass man einfach so die Richtung auch erkennt bei der Demenz, was die Warnzeichen des Körpers sind und ein ganz sensibles Warnzeichen, Geruch und Geschmack. Und bitte, nur wenn Sie jetzt ein oder zwei dieser Warnzeichen haben, heißt es noch lange nichts. Es geht um das Gesamtbild, in welche Richtung geht es und meistens sind es auch dann die Partner oder Partnerinnen, die das eher bemerken als der Betroffene selbst, der sich vielleicht so ein kleines Schlupfloch oder einen Workaround halt schafft. So, und ganz wichtig, auch Schlafstörungen. Schlafstörungen nehmen zu. Der Schlaf wird einfach schlechter. Und noch ein ganz, ganz sensibles Symptom ist, wenn Sie beim Laufen die Arme nicht mehr schwingen, wenn ein Arm so ähnlich wie beim Schlaganfall hängt, auch das kann einfach sein, dass das schon ein ganz, ganz deutliches Frühwandzeichen für die Demenz ist. Wie reagiert jemand, der Demenz ausbildet oder Demenz hat? Auch hier möchte ich Ihnen noch mal einige Informationen mehr geben. Sein Urteilsvermögen wird schlechter. Er kann beispielsweise nicht mehr richtig einordnen, ist das jetzt ein sinnvoller Vertrag, den ich da für meinen Enkel oder sowas abschließe. Er hat ein schlechtes Orientierungsvermögen. Er könnte sich verlaufen, er könnte sich verfahren. Viele Demenzkranke haben dann GPS-Uhren beispielsweise, damit sie lokalisiert werden können, wenn sie sich hier regelmäßig verlaufen. Sie kennen die Hubschraubereinsätze der Polizeistaffeln, die dann mit einem Hubschrauber suchen, mit Drohnen suchen. Wir haben das regelmäßig bei der Feuerwehr, wenn dann eben ein älterer Mensch die Orientierung verliert. Und wir tun alles dran in solchen Einsatzlagen. Das ist eine richtig große Einsatzlage. Ich bin ja Kreisfeuerwehrarzt. Das ist eine richtig große Einsatzlage, jemanden zu suchen. Da haben wir richtig Manpower herangeschafft, damit man ihn möglichst schnell wieder hat. Wenn man Gegenstände eben irgendwo vergisst, wenn man Jahreszeiten verwechselt, ein ganz wichtiges Merkmal bei Demenz, wenn man also die Jacke zu warm wählt oder dann im Winter mit einem kurzen Hemd rausgeht oder so, wenn man sich hier völlig verschätzt quasi oder wenn man die Tageszeiten sich völlig verschätzt und falsch liegt, auch das ein wirkliches Problem bei Demenzerkrankungen. Kleidung verwechselt haben wir schon gesagt. Sprunghafte Kommunikation, wenn Sie merken, der kann mir gar nicht mehr folgen, mein Gegenüber und springt von einem zum anderen. Die Gründe für Demenz, und dann sind wir gleich am Ende des Vortrags, natürlich ein seltener Grund ist, wenn man irgendwie einen Schädel-Hirntrauma hat, wenn man sich verletzt, dann kann es danach zur Demenz kommen. Mein Opa hatte das, da hat man also einfach gesagt, der hatte einen Unfall an der Kreissäge, er ist mit dem Schädel aufgeschlagen und dann hat er eben demenzartige Symptome entwickelt und dann hat man früher gesagt, dem ist sein Hirn versulzt. Ja, also das war eben der Begriff und hat einfach jeder so hingenommen. Also eigentlich Gehirndegeneration kann eben als Ursache auch für die Demenz sein. Silent Inflammation haben wir genannt und ganz, ganz wichtig, dort sind gerade viele Forschungen im Gange. Vielleicht wissen Sie, ich bin total in der Darmaufbauwelt, weil ich selber früher Darmprobleme hatte. Butyratmangel, Butyrat ist ein Stoff, die Buttersäure, die unsere Darmbakterien bildet. Diese Buttersäure ist extrem wichtig, extrem wichtig, damit wir keine Entzündungen ausbilden, damit unser Immunsystem gut funktioniert und vor allem, dass unser Gehirn gut funktioniert. Und hier gibt es schon ganz, ganz fantastische Forschungsarbeiten. Eben hängt Butyratmangel zusammen mit einer späteren Demenz, Alzheimer, Parkinson, Epilepsie, ADS, ADHS und all diese Dinge, Autismus vor allem noch, der hat mir noch gefehlt. Also Butyrat, Darmflora in Ordnung bringen, ganz, ganz mega wichtig. Schauen Sie sich dazu wirklich meine anderen Videos an und es werden noch sehr, sehr viele folgen. Die körperliche Inaktivität, auch das ist etwas, was super, super wichtig ist, Sie haben es schon genannt. Bewegen Sie sich körperlich mit dem Hund raus. Ich finde die E-Bikes extrem gut für die Senioren. Die machen genau das, was man eigentlich braucht in so einer Max-Aktivierung. Sie bewegen sich, sie fahren lange Strecken, sie müssen sich orientieren, sie sitzen gesellschaftlich beieinander und alles ist doch prima. Und der hohe Blutzuckerspiegel, auch das ist etwas, was sehr, sehr häufig mit Demenz vergesellschaftet ist. Der Diabetes beispielsweise oder das metabolische Syndrom. Hier haben Sie beides, die Blutzuckerproblematik und noch die Entzündungsproblematik und das Übergewicht und dann Rauch und Alkohol, ebenfalls ein ganz, ganz großer Faktor, Demenz irgendwann mal auszubilden. Witzigerweise, da gibt es Untersuchungen drüber, wenn Sie das Rauchen stoppen sofort, dann sinkt das Risiko für Demenz. Wenn Sie hingegen das Rauchen nur vermindern, dann erhöhen Sie das Risiko für eine Demenz. Also manchmal ist medizinische Wissenschaft wirklich putzig und man versteht es nicht so recht, aber das sind nun mal die Daten. Und ganz, ganz wichtig, Toxine, Gifte, Schwermetalle, Aluminium, auch hier gibt es schon Forschungsarbeiten, dass das natürlich neurotoxisch wirken kann, Kontrastmittel, was auch immer. Das ist ein großer, großer Faktor und vielleicht spielen viele, viele Umwelttoxine hier auch eine stumme Rolle und es ist noch gar nicht richtig gut erforscht. Und zum Abschluss, Diabetes Typ 3, das haben Sie bestimmt noch nie gehört oder vielleicht die wenigsten gehört. Es gibt hier Diabetes Typ 1, angeboren oder genetisch, Diabetes Typ 2, der Altes Diabetes, aber was um Himmels Willen ist Diabetes Typ 3? Das ist erstmal eine Vermutung der Wissenschaft und hier geht es um die sogenannte Insulinresistenz, dass eben der Zucker nicht mehr richtig in die Zellen kommt. Und das ist etwas, was man ausbildet, wenn man eben einen Altersdiabetes hat, einen Diabetes Mellitus Typ 2 und die derzeitigen Daten zeigen, dass das also das Alzheimer-Risiko bis zu 65 Prozent erhöht. Also vermeiden Sie unbedingt die hohen Zuckermengen, vermeiden Sie die Kohlenhydratmengen, essen Sie Vollkorn und all diese Dinge, die wir immer und immer und immer und immer wieder empfehlen und sagen in der gesunden Lebensführung. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, nochmal Kanal abonnieren, drunter kommentieren, würde mich wirklich interessieren, wer Erfolge hatte in der Verwandtschaft mit Demenz bei Angehörigen. Bitte, bitte helfen Sie den anderen und teilen Sie dieses Video und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. eine千 Praise können nachdem Wir sehen uns dann beim nächsten